So, die Bügel bitte schließen, die Schotten bitte dicht. Reise beginnen, wir starten, aus der Bahnbahn raus gehen bitte. Nach unten, nach vorne, ein Check mit euch. So, heute Nacht wollen wir mal alles klar, jetzt geht's los. Wir hier starten wirklich an Gegenwart umgehen. So, heute Nacht wollen wir mal, check it out, are you ready? Schön, dass ihr hier seid und dann packen wir es mal an. Hallo Freunde, habt ihr ein paar Liebes mit uns? Und dann checken wir in der Wunderung den Kiel für die Tour. Tschüss! Musik 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 Untertitelung im Auftrag des WDR So, Mann, da wollen wir mal alles in den Maulöck. So, Mann, da wollen wir mal alles in den Maulöck. So, Mann, wie schaut's denn aus? Was war euch da? Wollt ihr mehr? Alle Freunde, wie schaut's aus da? Wollt ihr mehr? Könnt oder wollt ihr mich nicht verstehen? Wollt ihr mehr? Jochen, 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 Jochen. Wir sind mit unserer Freundschaft aber nicht so. Komm, dann wollen wir mal. So, wenn wir mal auf die Thule. Und jetzt sind los. Alles gerne, alles gerne. Alles gerne, alles gerne, alle gerne. Und jetzt hier, jetzt hier, jetzt hier, jetzt hier. Und dann feiern wir noch vom Kitzungsmarkt. 20, 24 und 20. Schaut mal was hier raus, ich glaube, wie sie büchen. Da fahr ich euch was Blech mit der Träne in die Vitane. Bis zum nächsten Mal! Tchini Tchini Das ist alles logisch! Und die allerletzte Runde! Für unsere Bedeutung mache ich noch eine! Ja logisch! Das ist alles logisch! Das ist alles logisch! Zwei Runde! Hallo, meine Damen und Herren! Achtung, Vorsicht an der Fahrbahnkante! Beide Knöpfe zauberen, dann hängt der Büger nach oben auf!